Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Der Fuchs. Der Fuchs ist ein Jagdbares Tier, das Nagetiere bekämpft. Füchse können an Tollwut erkranken und andere Tiere sowie Menschen infizieren. Sie sind auch Träger des Echinokokkenbandwurms. Füchse erreichen eine Körperlänge von 65 bis 90 cm mit einem Gewicht, das in der Regel zwischen 5 und 15 kg liegt, wobei das maximale Gewicht bis zu 15 kg erreichen kann. Ihre Lebenserwartung liegt bei bis zu 12 Jahren. Der Körper des Fuchses ist schlank, der Kopf endet in einer spitzen Schnauze und die Ohren sind groß und dreieckig. Im Gebiss finden sich lange Eckzähne. Der Schwanz, oft als Bürste bezeichnet, macht einen erheblichen Teil der Gesamtlänge aus und misst etwa 50 cm. Füchse ernähren sich von einer Vielzahl von Beutetieren und Nahrungsquellen, einschließlich Nagetiere, Vögel, Frösche, Krebse, Schnecken, Insekten, Puppen, sie fressen auch Aas, Ameisen und Früchte. Ihre Hauptnahrung besteht jedoch aus Wühlmäusen, deren Nester sie dank ihres ausgezeichneten Gehörs finden. Füchse fangen vor allem schwache und kranke Tiere. Zu den natürlichen Feinden, die den Fuchs jagen und fressen, gehören unter anderem der Wolf, der Hund, der Luchs, der Seeadler, der Habicht und große Eulen. Der Lebensraum des Fuchses ist vielfältig und erstreckt sich über Europa, Nord- und Ostasien, Nordafrika und Australien, durch den Menschen eingeführt. In Polen ist der Fuchs weit verbreitet und besiedelt hauptsächlich Wälder, aber auch Wiesen und Felder. Er ist standorttreu und nutzt feste Pfade für seine Bewegungen. Füchse leben im Herbst und Winter einzeln und im Frühling und Sommer in Familienverbänden. Sie bewohnen tiefe, bis zu drei Meter tiefe Baue mit mehreren Ausgängen und einer großen Kammer. In anderen Zeiten des Jahres nutzen sie flachere Baue, die oft die ehemaligen Unterkünfte von Dachsen oder Kaninchen sind. In der Nähe des Fuchsesbaus können häufig Nahrungsreste gefunden werden. Füchse schlafen meistens an der Oberfläche und sind dämmerungs- und nachtaktiv, können jedoch in menschenleeren Gebieten auch tagsüber aktiv sein. Füchse schlafen meistens an der Oberfläche und der Oberfläche und der Oberfläche und der Oberfläche. Füchse schlafen meistens an der Oberfläche und der Oberfläche und der Oberfläche. Füchse schlafen meistens an der Oberfläche und der Oberfläche.